Äh, ich habe langsam die Fresse voll, das ist meine Stimmbänder, die müsst ihr mal sehen, bisschen Hals-Nasen-Uhr-Norz, der sagt immer, Herr Tanner, können wir mal reingucken, nein, kannst überall reingucken, aber nicht hier, so die Stimmbänder, verlass mich manchmal, deswegen, das ist immer so, ähm, ich meine, es ist ja auch nicht so un-egotisch, wie soll das Stimme sagen, nicht, nicht so ganz. Trink mal auf Ex, klar, natürlich, Kinder, toll, Jungs, prima, ich komme, ich kenne mal, kennst du Braunschweig? Ja. Da gibt es eine kleine Stadt, die heißt Berlin, kennst du die auch? Also, ich erzähle mir nichts, klar, wir trinken nicht ganz aus, aber ich trinke auf den Bürgermeister, wo ist er überhaupt? Wo ist er? Hat er mir das Bier ausgegeben? Nee? Doch, ich schätze schon. Ich finde das ganz toll, dass du für die Obdachlosen was passt, und darum gebe ich dir Bier auch. Danke, das ist ein Wort, ne? Nein, das mache ich auch, ich brenne da hin und mache das auch, weil ich sage, uns geht's gut. Wenn ich die Kinder sehe, die sind nicht unter im Erd, oder so, ne, die sehen nicht so ärmlich aus. So, jetzt, jetzt haben wir, warte mal, ich nehme mir mal die Gitarre mit Bier, ich habe ja zu viel hier im Moment. Das ist immer Chaos bei mir. So, gut, eins. Und bevor ich also das letzte, das vorletzte, schon wieder, ja, ich habe, übrigens habe ich einen Sender, ne? Aber es wird ja nicht angeschlossen, das dauert ja zu lange, ne? War eins? Klar. So, also, es gibt zwei Songs, die ich machen könnte. Es gibt einmal von der Silly Family, ich bin der letzte Kunde, oder ich trinke auf dein Wohlmarie. Ja! Hey, beide! Seid ihr blöd? Kommt ja wieder bei, beide. Hey, wird langsam dunkel. Ich gebe ihr noch Autogramme, bin ja vor euch der Handgeber, noch Autogramme und so weiter. Ja, sag ruhig hier unten. Wie Oberlehrer heute, ja? So, aber schon, schon, also die Kinder sind okay, nicht? Aber ab und zu muss man sagen, schnauze, nicht? Ganz klar. Meine lieben Kinder, seid ihr mal bitte ruhig, ist ja Quatsch, ne? Fresse. So, geht schon. Ist auch nicht so richtig. So, also, gut, dann machen wir die Marie, ja? Okay? Okay, da bräuchte ich.